Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Age of Empires 4 Replaycast. Wir haben einmal hier in blau, das ist Dardinho, spielt die Franzosen. Und der spielt gegen den Namen, der mit herzlichen noch geläufig ist. Hier in rot spielt die Engländer, das ist Kaup. Und Kaup war ein deutscher Terraner, Starcraft-Spieler. Von 2012 bis 2016 war er voll aktiv und dann bis 2018 noch ein bisschen gespielt, aber nicht mehr so viel. Und hat jetzt wohl in AOE4 reingeguckt. Hat auch einige Games gemacht, ist auch MMR-technisch noch recht oben mit dabei, in den Top 200 in der Region. Da Dardinho, selbe Geschichte, ist da sogar nochmal höher, ist glaube ich sogar in den Top 50. Er ist richtig stark. Wobei momentan, es fehlt noch ein bisschen auch die Masse an Spielen. Also MMR ist gerade noch nicht so, oder eigentlich ist es ja, wie nennt sich das Ranking? Nicht MMR, sondern ELO, genau, ist ein ELO-Rating. Das muss er jetzt noch ein bisschen einpendeln mit Masse an Spielen. Das verschiebt sich gerade immer noch sehr, sehr stark. Da wir noch in einer sehr frühen Phase sind, aber es wird sich langsam aber stetig setzen. So, wir haben hier ein Archipel-Map. Mit Asien-Süd-Tropen als Set. Als Grafik-Set. Und ja, Archipel, wie man sieht, jeder hat da so sein Inselchen. Es gibt noch weitere Inselchen. Und da sehen wir, dass das dann besser managt. Es gibt zwei heilige Städten, die sehr weit voneinander entfernt sind. Und auch hier auf einer Mini-Insel. Ach ja. Okay, nee, das ist noch verbunden tatsächlich. Also hier kann man weiterlaufen. Die Inseln zählen quasi als eins. Aber trotzdem, auf jeden Fall interessante Position, wenn man die absichern will. Und Dardinio spielt die Franzosen, die einen gewissen Ruf als starke, starke Flotte haben. Also starke Marine-Nation. Mal sehen, was da Kaup dagegen machen kann. Bin mal sehr gespannt. Erstmal natürlich jetzt möglichen, wird nicht viel passieren. Da können wir uns auch das Vorsprung leisten. Man kann natürlich auch mit dem Späher nicht viel machen. Man hat seine Insel. Und da hat man relativ schnell alle seine Schafe gefunden, die man hat. Und dann hat sich das Thema erstmal ledigt. Das heißt, beide können sich sehr entspannt um ihren Aufbau kümmern. Springen wir da mal auf den Turbo. Weil die haben auch schon alle ihre Schafe. So, hier sehen wir den ersten Hafen, der mit dazu kommt. Und da direkt Fokus gilt dem ersten Fischerboot. Und das geht auch an den Tiefstefisch. Es gibt zwei unterschiedliche Fischstufen. Immer den Küstenfisch und einmal den Tiefseefisch. Der Tiefseefisch gibt doppelt so viel. Und den Küstenfisch kann man auch mit Dorfbewohnern aufsammeln. Also dafür braucht man nicht zwingend Fischerboote. Trotzdem muss man sich natürlich nach und nach auf dem Wasser etablieren. Da ist auch der Hafen jetzt am Start für Kaup. Und da sehen wir die Ratshalle. Das Ding, das Langbogenschützen ausbilden kann. Und zwar richtig schnell auch. Langbogenschützen sind starke Bogenschützen. Generell immer im Vergleich zu normalen. Haben eine starke Range. Machen gut Damage. Aber haben das ein bisschen relativ langsam. Also die laufen jetzt nicht allzu zügig. Hier werden mal ein paar gesammelt. Da sieht man auch eben das Küstenfisch sammeln von Kaup. Schickt aber auch seine Fischerboote los. Und die Frage ist dann, wann gibt es ein erstes Transportschiff. Und da haben wir es das doch auch. Erstes Transportschiff ist am Start. Weil man möchte natürlich die See erkunden. Um zu wissen, wo ist mein Gegner und was macht mein Gegner. Hier haben wir ebenfalls das nächste Gebäude. Die Handelskammer. Damit auch zweites Zeitalter für Dardino. Und selbe Geschichte. Nein, hier gibt es jetzt erst den Hulk. Den Hulk. Sich ob Hulk oder Hulk, was der offiziell Name ist. Und das ist eben ein richtig mächtiges Schiff. Das knallt ordentlich rein. Das knallt ordentlich weg. Bei dem Ding muss man aufpassen. Und hier drüben gibt es gerade noch den Next Hulk, der da am Start ist. Und da kriegt Kaup schon die S4. Ich kann mir sehen, dass der snipet auch einfach Dorfbewohner aus dem Leben. Also irgendwie Kaup das Ding hier in den Griff bekommt. Begriff bekommen möchte. Ist nicht ganz so schnell. Das ist Originalgeschwindigkeit. Das ist jetzt eins zu eins. War gerade immer noch auf beschleunigt unterwegs. Aber der fällt jetzt erstmal in die Insel ab. War gerade ein bisschen überrascht von dem Fleckchen hier. Das da umwachsen ist. Aber trotzdem, das Dorf Wortschrift tatsächlich kommt in der Zeit raus. Und da sind die Langbogenschütze und ein Speer dran. Zum Winter möchte sich der Kaup auf die Insel seines Gegners übersetzen. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Hier ist direkt das Dorf dran. Und das kann die ganze Küstenregion hier abdecken. Jetzt haben wir natürlich weitere Ressourcen. Und hier sieht man, Sardinio scoutet erstmal um die Insel herum. Wir können auch in seine Vision gehen. Also da weiß man, was Kaups Gebiet momentan ist. Und auch der zweite Hulk kommt da mit dazu und wird dann den Rest noch erkunden. Da müssen die Fischerbooten schon aufpassen. Da gibt es Probleme. Aber der Hulk ist gerade mal in Reichweite vom Dorfzentrum. Ich kann das noch ein bisschen zurückschießen. Weil das Transportschiff hängt noch hier ab. Hier ist gerade keine Defense. Also da könnte Kaup als in die Landung versuchen. Das Ding zieht die dann doch erstmal zurück. Die Fischerboote bleiben also erstmal im Leben. Ein paar Dorfbewohner hat es erwischt. Da sehen wir, die Fischerboote gehen weiter auf die Reise, sammeln mehr und mehr von der Map ab. Und da kommt einmal die Landung. Oh ja, da kommt gleich ein Hulk. Aber nicht rechtzeitig, bis die Langbogenschützen draußen sind. Die kommen also erstmal aufs Feld. Ah, die werden das Schiff nicht totkriegen. Wir müssen selber aufpassen. Jetzt mal kurz auf den Speyer. Der ist direkt da und die Langbogenschützen kriegen jetzt auch noch kurz angenannt. Das Schiff hat nicht ganz die Range, um da einen zu treffen. Das heißt, die Langbogenschützen sind mal drin. Und der, da hat der Dino nichts. Also er hat keine Einheiten. Das heißt, der Trupp hier drin kann schon mal einiges machen. Problem ist, er ist natürlich nicht gut darin, Gebäude anzugehen. Gegen Einheiten kein Problem. Aber gegen Gebäude wird es eher schwierig. Das heißt, er muss gucken, dass er eigentlich an die Dorfbewohner seines Gegners rankommt. Und das sind der Hulk, hat ein bisschen mehr Schaden abbekommen. Das Zambortschöpft lebt tatsächlich auch noch. Und ja, hier wird es eben ein bisschen Dorfbewohner gejagt. Das ist so das Hauptziel. Und die Langbogenschützen sind für sowas ziemlich gut. Müssen eben aufpassen, nicht zu nah ans Dorfzentrum an. Und deswegen wurde auch hier die Mauer gebaut, dass man eben das wegsperrt und quasi kaufen muss, zwingen am Dorfzentrum vorbei. Zumindest lässt sich das ja verstehen und macht ein bisschen Ärger. Ja, das gibt es hier den Hulk, der sehr aggressiv eingeschickt wird. Und die ballern auch gerade zu zweit das Haus aus dem Leben. Das ist ein Sportschiff, lebt noch, wird repariert. Und mit den weiteren Bogenschützen wird das Schiff nach und nach in Brand gesteckt. Wie man sieht, das Schiff wird nicht mehr lange überleben. Das wird fallen, der Hafen schafft es nicht, das Fischerbrunnen zu halten. Und das Ding, der Hulk, wird fallen. Der Kollege zieht sich erstmal zurück. Wenn das sind die Langbogenschützen, ja, battlen sich immer noch. Und Sorgenfehler für einiges in Arge. Jetzt ist mal die erste Einer draußen. Der erste königliche Ritter ist da aus den Stallungen hier. Aber da sieht man auch, da gab es noch das Update für die Langbogenschützen. Und die haben zwei Fähigkeiten. Einmal die Fähigkeiten zum Fähle aufstellen, einmal die Fähigkeiten zum Heilen. Also aktuell, diese Langbogenschützen sind wirklich noch richtig nervig gerade. Da hätten es noch eine Aufbindung, das irgendwie der Rauch durchgeschafft hat. Das ist auch Doppelhafen am Start für Dardineo. Aber er wird auf jeden Fall von Kaup die ganze Zeit belagern. Wie man sieht, das Haus, es dauert, aber es nimmt uns so nach und nach auch der Match. Trotzdem, es blockiert natürlich die Economy. Da wird sehr viel Gold gesammelt und natürlich auch mehr Reiter auch gehofft. Ja, das sind die Hulks hier beiden jetzt gegen die Galerie. Die Galerie hat da einfach kein... Also die Hulks sind einfach so krasse Early-Game-Schiffe. Die hat Frankreich halt so schnell mit dabei. Und das braucht einiges an Aufwand, um das klein zu kriegen. Hier der Boost vom Draftzimmer ist auch noch mit dabei. Das Schiff kann noch ein bisschen weiter mit reinballern. Der eine Hulke wird später fallen. Ah, wird doch noch dauern. Er lebt noch. Und hier ein Sportschiff und Fischerboote können sich nicht wehren. Die Bogenschützen hier währenddessen hängen weiter ab. Da muss man aber tatsächlich aufpassen. Denn wenn hier ein Hulks spawnen, müssen die Bogenschützen ein bisschen aufpassen. Fischerboote sind kein Problem. Hulks wären da eher ein Problem. Hier waren wir drei Reiter gesammelt. Das ist die Economy von Verdien. Läuft jetzt natürlich auch überhaupt nicht, wie er sich das vorstellt. Wie man sieht, das sammelt fast kein Holz, weil das hier nicht sammeln kann. Und sammelt dafür sehr viel Gold. Das Bunkert sich gerade der Hulk kommt, der ist angefahren. Die Bogenschützen laufen weg. Also da ist kaum auf jeden Fall auch maximal nervtötend. Was er da betreibt. Hier gibt es noch einen Marktplatz. Ja, den Marktplatz hier. Da ist aber noch mal ein mit dabei. Und die, oh, die laufen tatsächlich rein, die Bogenschützen. Die können versuchen, nach da hinten zu kommen. Aber haben jetzt Reiter gegen sich. Die Frage, wer hat da genügend? Da kommen jetzt noch mal ein paar Stacheln mit dazu. Aber ich glaube nicht, dass das genug ist. Weil die Reiter, König und Reiter, die schlagen sich hier durch. Die Bogenschützen geben da noch mal ihr Bestes. Aber die werden hier fallen. Das heißt, Kaufsaracement-Aktion wird damit ein Ende finden. Kann er noch mal einen Doppelwohnen mitnehmen? Nein, kann er nicht. Das Thema hat sich also geklärt. Währenddessen wurden aber auch hier die Hulks erstmal noch zurückgezogen. Dann ist der hier. Und wird jetzt hoch repariert. Das heißt, jetzt kann der Dino wieder mehr in Angriff nehmen. Aber wie ist denn aktuell der Zustand? Jetzt haben wir 37 bei Dino und 34 bei Kaup. Sonsten ein Einkommen pro Not, die man sieht Kaup mit sehr viel Holz. Hat da oben jetzt auch einen Marktplatz. Wenn man einfach ein bisschen drauf gucken muss, wie man eben seine Econ wie Balanced. Ist auf so eine Inselkarte nicht ganz so einfach. Könnte eine weitere Insel gebrauchen. Da gibt es erstmal einen zweiten Hafen. Für mehr Production. Und da kommen mehr Galeren. Und man sieht die Galeren halt auch. Die ganzen Schiffe kosten viel Holz. Das Problem ist auch für Dino. Er konnte nicht allzu viel bauen. Weil er einfach das Holz zu viel gefehlt hat. Für Fischerboote geht es noch. Aber so ein Halk wäre 300 Holz. 240 Gold. Günstig sind sie jetzt nicht unbedingt. Aber das wird jetzt wieder mehr. Denn jetzt hat er eben das Holz verkommen. Da kommt auch noch das Upgrade. Damit man die Bäume schneller fällen kann. Und das wurde natürlich schon sehr viel Gold hier gesammelt. Hier liegt auch sehr viel Gold. Hat Kaup auch so viel Gold. Ja doch. Er hat hier auch eine 8000er und dann nochmal eine 8000er Quelle. Und hier eine dritte 8000er. Daher Gold haben die tatsächlich recht viel. Dafür ist hier glaube ich kein Stein. Ist generell kein Stein. Wenn ich das richtig sehe. Nur Gold. Der einzige Stein ist hier. Das sind Adinselkarten. Die funktionieren ein bisschen anders. Adinio hat jetzt Ressourcen um das dritte Zeitalter zu beginnen. Um das Gebäude anzufangen. Und das kommt auch. Da kommt das kündige Institut. Nein das ist ein bei Kaup. Ja. Er weiß er braucht Feuerpower gegen die Hulks. Und Feuerpower wurde jetzt gerade aufgebaut. Hat er da noch ein Sem. Ja er hat auf jeden Fall was gehandelt. Glaube ich mal oder? Der Kuss wird überzeiht. Der Kuss ändert sich. Oder der Kuss pendelt sich glaube ich ein überzeiht. So jetzt sehen wir es mal. Drei Hulks gegen sehr viele Galären. Es ist tatsächlich trotzdem noch ein sehr guter Fight für die Hulks. Erste Galäre wird nämlich gerade versenkt. Und Hulk 1 ist noch nicht wirklich runter mit den Hulks. Aber man kann sich natürlich zum Hafen zurück sein. Dann bekommt man die Reparatur. Also wenn die Hulks jetzt weiterjagen. Dann könnt ihr kaum eher fighten. Aber man sieht einfach wie stark die Dinger sind. Das ist einfach so unfassbar stark für das Early Games. So da gibt es nochmal nochmal Ärger mit dem Dorfzentrum. Also zu übermütig sollte der Ninho hier auch nicht werden. Und starblichstens dann der Hulks dann auch nicht. Können sie viel aushalten. Der baut auch nicht so viele. Braucht nochmal einen weiteren gerade. Aber will natürlich nervig sein. Okay hat den ersten verloren. Die Bogenschützen kommen auch mit dazu. Man sieht auch die Bogenschützen werden gewonnschottet. Aber mit voller Pfeilfeuerpower von allen Seiten. Wenn man diese Hulks in den Griff kriegen. Der eine wird jetzt zurückgemerkt. Der andere brennt ein bisschen. Aber das ist dem Schiff eigentlich egal. Das stoppt nämlich wieder. Und hinten. Okay hinten sind die. Oh ja da ist ein Brunner. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Entschuldigung ich war so auf die Hulks konzentriert. Dass da hinten Reiter angekommen sind tatsächlich. Und die schlachten sich hier gerade noch ein paar Dorfbewohner durch. Weil deswegen gibt es den Hulkfight auch. Aber der Hulkfight tatsächlich den kann Coppets eher gewinnen. Weil er die Reparatur von seinem Hafen aber dabei hat. Also die Hulks werden da. Würde später fallen. Das versenkt noch ein paar Galären. Aber die Hulks sind jetzt alle down. Und die Reiter müssen sich auch zurückziehen. Es sind sehr viele Bogenschützen noch da. Die dafür versuchen ihre Position auszulützen. Und die Reiter trauen sich das dann doch nicht ganz zu. Und jetzt kann tatsächlich Coppets wieder aus seiner Base raus. Während das in Dardinio. Er baut noch an seinem dritten Zeitalter. Das wird in Kürze fertig. Er hat jetzt nochmal einen weiteren Hulk auf dem Feld. Aber er war gerade eben bei drei bis vier. Er lädt auch sogar zur Sicherheit seine Reiter nochmal ein. Also hat er doch ein bisschen Respekt vor der Defense seines Gegners. Was da alles noch rumstehen kann. Oh, das Transportschiff trifft auf die ganzen Galären. Und das sieht schlecht aus für die Reiter. Die werden damit absaufen. Und das tun sie auch. Aber das war schon gut teuer. Die beiden Hulks sind sich da gerade auch noch nicht ganz einig, ob sie da fighten wollen. Es sind sechs Galären. Aber zwei Hulks sind immer noch in der Hausnummer. Und dieses Mal ist kein Hafenreparatur mit dabei. Für Copp. Also eine Galären. Oh ja. Hier er fokussiert jetzt den anderen. Er versucht seinen Galären zum Micron, wie man sieht. Wie man sieht, die Galären können beim Vorwärtspushen weiter noch schießen, wenn sie näher rankommen. Weil sie einen Frontalangriff haben. Hingegen die Hulks haben einen Seitenangriff müssen sich also drehen. Da kommt der dritte Mal zu, da ist der Hafen. Das ist jetzt wieder ein Fight. Den sehe ich gerade nicht, wie Copp den gewinnen will. Er versucht jedoch die Temperatur durchzuballern. Ah, da kommt gleich nochmal ein weiterer Hulk mit. Er versenkt zumindest den einen. Und seine Galären sollten noch relativ okay wegfahren können. Also sehr viel gebettelt hier auf dem Wasser. Und hier haben wir ein Transportschiff, das sich selber versucht, die durchzuschleichen. Aber es gibt halt nur diesen Wasserweg oder den Wasserweg hier, wie man zum Gegner kommt. Und der eine wird gerade von den Hulks abpatrouilliert. Die da gerade durchschippern. Aber wahrscheinlich noch mehr gebaut wird. Man ist ziemlich committed auf Wasser. Hier kommen auch nochmal neue Schiffe mit dazu. Neue Galären, die da unterwegs sind. Bei Copp gibt es... Was ist hier geplant? Ne, eine Kassane tatsächlich. Gerade dritte Zeit. Da hat er tatsächlich noch nicht unterwegs. Da dessen versucht er eben dieses Transportschiff irgendwie durchzukriegen. Aber das muss mega aufpassen. Dafür die Galäre fährt gerade in ihren Tod. Die andere Galäre muss auch aufpassen. Dort zurückgerudert. Und hier wird dann wieder hochrepariert am Hafen. Bekommt man... Sollte man Reparatur bekommen? Geht das nur, wenn nichts gebaut wird? Die Hafenreparation? Repariert automatisch beschädigt die Marina. Ne, warum wird dann die Galäre nicht repariert? Sie wird repariert. Das wird bloß der Effekt, der Grafikeffekt wird nicht angezeigt. Aber die Headpoints gehen hoch. Dann gibt es hier Arger an der Mühle. Ja, die Hulks. Diese Hulks werden das Transportschiff mit einer Mission dem Gegner in den Rücken fallen. Hier ist das Königlichen Institut fertig. Und es sind jetzt hier wieder keine Einheiten auf dem Feld. Das heißt, da müssen wieder neue Reiter gebaut werden. Ist nämlich die Langbogenschützen wieder angekommen. Er ist aber ein Hulk. Das heißt, die Langbogenschützen müssen eher laufen. Ich weiß gar nicht, ob die hier... Sind die da durch oder müssen die außen rumlaufen? Kommen wir mal. Der Hulk snipet jetzt einen nach dem anderen weg. Die werden dessen belagern hier vorne noch. Und da ist der Versuch ein weiteres Transportschiff. Oh, da ist ein Dorfbewohner drin. Sieht das, wie hoch ist die Mission auf dem Wasser? Nein, er wird das nicht sehen. Das heißt, da könnte sich kaum eine zweite Base tatsächlich aufstellen. Hat hier noch sehr viel Galären, um jetzt eben wieder den Hulks sich entgegenzustellen. Hat auch ein bisschen Erde, die Hafenreparatur mit dabei. Das ist tatsächlich sehr viel wert. Währenddessen kriegt hier Dardini auch noch ein bisschen Ärger an seinem Wahrzeichen und seinen Dorfbewohner gleich hier drüben. Er selber hat noch keine Expansion direkt unterwegs, sondern er versucht hier weiter mit seinen Schiffen zu battlen. Und sein erstes Schiff geht hier da und da wird schon sehr viele Galären auch zerstört. Also für Kaup ist das natürlich ein teurer Fight. Ich glaube, da ist Fokus-Fein tatsächlich sinnvoll gegen die ganzen Dinger. Das Transportschiff hier fährt jetzt durch. Das verrät die Situation ein bisschen. Ah, da sind die Hulks, die werden den Fight erstmal führen. Hier gibt es eben das neue Dorfzentrum. Das habe ich so erwartet, dass da Kaup eben versucht weiterzuexpandieren. Weil wir eine Basis alleine ist da nicht so viel getan. Der eine Hulk ist fast down, aber man sieht, es wird ein richtig knapper Fight. Und hier war die ganze Zeit Reparatur mit am Start. Das ist krass. Und hier wären nochmal zwei. Die waren noch nicht ganz mit am Start, weil hier gibt es natürlich den ganzen Lager mit den Langbogenschützen. Die werden jetzt wieder von den dritten anderen gerannt. Aber die haben schon sehr viel Dorfbewohner wieder gestoppt. Zumindest von der Arbeit abgehalten. Man sieht, dass die sind hinten zum Gold gelaufen. Die werden jetzt aber noch gewonshotet. Die Langbogenschützen zünden nochmal ihre Heilung. Und versuchen jetzt einfach nochmal alles mitzunehmen. Da wurden auch Dorfbewohner eingelagert, einfach um sie zu safen. Also da hat denen jetzt sein Bestes gegeben, um da seine Economy am Leben zu halten. 43 zu 48 steht es da aktuell. Und währenddessen der Hulk-Fight wird entschieden. Auch wenn auch gerade so. Für Kaup. Die Lidwenden sind seine Langbogenschützen auch hier in der Base. Aber hat eben jetzt das zweite Dorfzentrum. Kann das für mehr Economy nutzen. Und zudem hier hat Wald zur Verfügung. Gold zur Verfügung. Also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und hier wäre auch der Küstenhandelsposten. Aber da kommt der nächste... Oh Gott, da kommt der nächste Troman Hulks. Und die können schaffen, diesen Dorfzentrum zu durchstören. Das ist so ein normales. Das ist ja das... Das war ein Dorfzentrum. Das ist ein bisschen krasser, wie man sieht. Das normale hat deutlich weniger HP. Die Frage, ob der Linio scoutet. Das ist mal Frage Nummer 1. Ich glaube, wir werden das ein bisschen am Bauen. Kommt hier seine Insel runter. Sonst hat er gerade sehr viel auf das Ding. Er steckt gerade ein Dorfbewohner nach hinten. Wenn hier hinten ein Dorfzentrum rein wird, wäre es sicherer. Aber gut. Die Gegner kann natürlich einfach Transportboote bauen. Werden wir auch nicht überraschen, wenn da eins kommt. Ne, da kommen wir erstmal... Erhöht den Schaden von Schiffskanonen und... Marienische Verhalten mehr Sichtweise und mehr Waffenreichweite. Als ob die Dinger nicht schon krass genug sind. Ja, der Kaupp hatte ja halt nichts. Er kann sein Hauptgebot nutzen. Er könnte die Einheit einlagern, dann kann das Ding noch deutlich mehr Pfeile rausschießen. Das ist gerade tatsächlich die Hauptverteidigung, die er hat, würde ich mal behaupten. Er baut ein paar Einheiten ja auch. Aber die bringen ihm nicht so viel diese Hulksen einfach. Einfach Monster. Hingegen gibt es noch eine Mühle, um den Fisch... direkt abgeben zu können. Mein Destinierenden wird jetzt auch eingeladen, die Ritter soll mal wieder übergesetzt werden. Da kommt aber noch ein Außenposten, wobei ich nicht weiß, wie lange der lebt gegen die ganzen Hulks. Ich weiß gar nicht, ob Kaupp das weiß, dass er die einladen kann direkt und dann einfach direkt die Range seines Dorfzins ausnutzen kann. Das geht mit allen Einheiten. Ja, Leere. Wollte sich genau überlegen, was sie tut. Und das Transportboote, nein, das ist nochmal ein Hulk, der anfährt. Ja, Leere kommt dann angeschließend. Halt drei Häfen auch am Start. Das Transportboot ist am Losfahren, weil das wird hier halt auch die Insel abgeräumt. Ich meine, Kaupp sammelt hier schon ein bisschen was an Ressourcen. Sammelt mehr Nahrung, sammelt mehr Holz pro Minute. Sammelt weniger Gold pro Minute. Oh, der, die Hulk... Ja, gut, das Dorfzinsum hält auf jeden Fall eine Weile, wenn ich das richtig sehe. Wie man sieht, da müssen die Schiffe ein bisschen aufpassen. Transportschiff, nein, das ist ein Hulk, das ist kein Transportschiff. Hier ist ein Außenposten, aber der schießt natürlich von selber nicht, wenn er keinen Upgrade hat. Das heißt, hier kommen gleich die Ritter vorbei und die sind jetzt drin. Aber Kaupp hat Einheiten dagegen, auch ein paar Sperrträger. Die Ritter sollte tatsächlich in den Griff kriegen. Währenddessen kommt hier still und heimlich der Weiße Turm, was ein Bergfried ist. Und dann hat er das hier deutlich besser abgesichert, wenn der fertig ist. Und dann hat er auch das nächste Zeitalter. Also damit kann er sich tatsächlich recht gut absichern. Und hier, ja, Sperrträger gegen die Ritter. Die Ritter müssen dann selber ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die haben aber, ja, die sind Stufe 3, die Sperrträger nur Stufe 2. Die Dorfbruner laufen jetzt auch noch panisch weg. Die Bogenschützen ballern drauf, was irgendwie geht. Ich weiß nicht, wie sicher sich da Dino seine Situation gerade fühlt. Er hat auf jeden Fall die eine Basis, die er finden sollte, noch nicht gefunden. Er hat halt trotzdem diesen Belagerungssinger an Schiffe jetzt aufgebaut, um die Basis von Kaupp herum. Der kriegt auch gerade noch sein Transportschiff angezündet. Dann rennen die Ritter einfach weg und werden eventuell wieder eingeladen. Weil das ist ein Fight, den werden sie ohne die Unterstützung ihrer Schiffe nicht so wirklich schaffen. Da sind die Dorfbruner gerade auch noch mitgelaufen. Und hier wird tatsächlich, ja, da wird noch Gebäude tatsächlich belagert. Kaupp hat jetzt die Ritterzeit erreicht und die Schmiede wird eben gerade weggefahren. Die Frage ist natürlich jetzt, Dino wird sich eigentlich schon denken, wo hat er die Ritterzeit erreicht? Weil er ist ja gerade durch die ganze Basis in das Gegenteil gefahren. Und das Gebäude hätte er sehen müssen, mit dem Kaupp in die Ritterzeit kommt. Ja, das ist eben dieser weise Turm hier, der das alles irgendwie defendet. Da kommt jetzt noch Holz, also Kaupp verlagert auf jeden Fall seine Economy auf die andere Seite. Und hier ist denn sein Gebäude ein bisschen in Gefahr. Und da haben wir jetzt auch... Ha, da ist die Galease. Und das ist halt, ja, wie man sieht, die hat mehr Range als das Dorfzentrum. Die kann das einfach fröhlich belagern. Das ist ein Problem. Also Kaupp ist da noch lange nicht im Trockenen, sondern da wird es noch mehr Ärger geben. Das Dorfzentrum kann sich wehren, aber nicht endlos, weil wenn es nicht von allen Seiten beschossen wird. Und man kann es auch reparieren. Es sollte jetzt wirklich ja einladen, wäre schön. Das Ding könnte er jetzt so viel mehr damage raushauen. Ah, jetzt kommt es mal an die Reparatur. Und das Ding hält sehr viel aus. Und ja, jetzt wird aber weitergeschippert. Und die Flotte einfach, die Flotte, die da Dinjo hört, ist ziemlich absurd. Hat auch 129 von 130. Das ist ein 95 von 100 bei Kaupp. Und tatsächlich hat... Wie der Ding hier das Ding da drüben, wenn man noch nicht gesehen hat. Er klammert sich halt so an die Insel hier. Das wird nicht noch ein paar Schiffe gebunkert. Ah, die machen halt nicht viel. Gucken wir jetzt gar nicht die Speerträger mit nach vorne, aber die machen ja gar nichts. Ach doch, kommen die bis da? Ist das so viel Püsse, dass die... Nee, kommen die dann fucking gar nicht erst ran. Das wird nicht funktionieren. So, da ist nochmal so ein Bombardenschiff. Und da kommt nochmal eins. Und da wird wahrscheinlich noch mehr gebaut. Und da kommt nochmal ein Upgrade für die... Für die Fischerei. Ich meine, die Basis, wie man sieht, gibt von der Dinjo jetzt nicht mehr viel her. Doch, er hat auch ein Goldlager, hat er noch. Aber er hat trotzdem schon sehr viel gewütet. Und er ballert jetzt hier einfach drauf. Und die Schiffe von Kaup können nicht so viel machen. Aber bei das Schiff ist inzwischen low. 300 HP noch. Von einst mal sehr, sehr vielen. Er hat kaum noch eine funktionierende Economy, teilweise zumindest. Er kriegt Holz und Nahrung. Gut, was man auch braucht für die Schiffe. Für die Schiffe bräuchte er noch ein bisschen mehr Gold. Aber ich glaube, Gold, er hat das Ding noch, was er gerade runterarbeitet. Und dann noch das hier und da ist er auch wieder die Ritter angekommen. Das Transportboot waren wir wieder hier. Und auch mit Begleitung. Die knallen gerade den Außenbosten aus dem Leben. Da müssen jetzt die Einheiten reagieren. Weil das sind die Flotte, steht die Seeblockade zwischen Kaup's beiden Basen. Der Dino hat trotzdem noch die Oberhand hier. Man sieht es auch in den Punkten. Ziemlich deutlich sogar. Kaup bemüht sich einfach am Leben zu bleiben mit den Dingen, die er hat. Ah ja, er hat keinen, ja. Au, ja, die Schiffe. Die Schiffe im Fight. Da wird mal tatsächlich eins von den Schiffen von der Dino draufgehen. Und währenddessen gibt es auch noch die Unterstützung hier. Einfach weiter draufballern. Die Ritter haben es jetzt mal zurückgelegt. Wurden wieder ausgeladen, natürlich. Überraschenderweise. Geht es mal kurz aufs Transportschiff. Aber gegen Bogenschutz nennt das auch einiges aus. Und hier wird einfach weiter gefightet. Und ein Schiff nach dem anderen versenkt. Also Dino hat auf jeden Fall immer noch hier die volle Belagerung aufrecht. Also es ist gar nicht mal so wichtig, dass er die Economies in das Gegend ist nach wie vor nicht gefunden hat, die neue. Wenn ich hier immer noch so wüten kann. Ich meine, quasi die Basis des Gegend ist umstellt. Die Main Base. Die Ersatzbasis. Da kommt es noch ein... Da kommen neue Hafen hier tatsächlich. Oh, Brander. Das könnte noch was werden. Tatsächlich. Der Dino hingegen hat es genügend Ressourcen, um aufs vierte Zeitalter zu wechseln. Wollen wir noch mal ein paar Reuze hin. Dann ist er auch bei 200. Hat sie eine Insel halt fast zugebaut. Und ist es das? Ja, da kommt die Artillerie-Schule tatsächlich. Dann geht es aufs letzte Zeitalter. Dann kann er nicht Charaken bauen. Die sind auch effektiv gegen Gebäude. Die sind auch mega teuer. Tatsächlich hat er so anscheinend überhaupt keine Priorität, um irgendwie zu expandieren. Auf eine andere Insel zu gehen. Sondern nur, ich habe meine Insel. Ich habe die Seehoheit. Ich habe meinen Gegner umstellt. Ich mache einfach so mein Ding. Baut mit 15 Leuten das nächste Zeitalter Gebäude. Und würde natürlich auch fertig kriegen. Das sind hier. Bewegungsgeschwindigkeit. Es gibt noch Rüstung. Das wäre vielleicht ganz interessant für Kopf. Das Upgrade. Balliste. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und das hätte sich wahrscheinlich auch schon gelohnt, der Schiffsbauer. Aber die Brander von der Seite. Die haben, glaube ich, gerade... Haben die gerade was versenkt? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall werden die gerade selber beschossen. Das soll jetzt der Ding aber auf jeden Fall verdächtig sein, dass das ein Gegner von der Seite mit Schiffen kommt. Da haben wir die Brander. Und ja, die knallen ordentlich rein. Eins wurde versenkt, das andere schwer beschädigt. Ja, das sind hier, die bekämpft. Das ist ja nicht. Da kommt der Ausbruchsversuch. Und da die Hulks hier gerade nicht mitgekämpft haben, kommen die Schiffe hier doch ein bisschen weiter vorwärts. Da sind jetzt auch eigene Hulks mit dabei. Also inzwischen kann da Kopf mitziehen. Und kann die Feuerpower ein bisschen angleichen. Aber währenddessen nochmal ein Problem mit dem Ding hier drin. Dass er einfach reinballert. Hier wird das ganze Gold abgefarmt. Aber tatsächlich, der Dino verliert erstmal diese Seeschlacht. Die Brander haben nochmal eingeschlagen. Aber er hat jetzt hier seine eigenen Dorfbewohner rangebracht. Wenn er wüsste, dass er sich die Insel gerade mit seinem Gegner teilt. Er hat das nämlich immer noch nicht gemerkt. Das wird jetzt gleich ein Unangenehm, das aufeinandertreffen. Hier hat der Wurkopf vorhat sein Dorfzentrum zu bauen. Oder ob ich einfach nur eine Mine baut, um Gold zu farmen. Weil er braucht einfach mehr Gold. Ja, jetzt kriegt er das mit. Und die Festung lohnt sich gerade. Was die Dorfbewohner aufs Korn nimmt. Unten gibt es gerade auch noch Ärger. Das ist nur eins der Schiffe, die gerade aber stückwischend von Kaup abgefarmt werden. Und da hat jetzt der Dino auf einmal ein Problem. Jetzt merkt er auf einmal... Ach, der hat hier eine Base. Das ist nicht so gut. Das ist wahrlich nicht so gut. Plötzlich wird er Dino... Man sieht es auch, er ist nur noch bei 184. Äh, bei 184. Inzwischen 112 bei Kaup. Was die Versorgung angeht. Die Ritter werden uns auch von den Schiffen aufs Korn genommen. Und das sind noch ein paar angeschlagene Stoffe. Dann ist er das eine. Die Galerase ist halt im Direktfight nicht so geil. Die Frage wurden schon... Wurden die großen Dinge schon geworfen? Gibt es schon eine? Nein. Zu dessen gibt es hier mehr Hulks. Und hier wird jetzt... Stallungen werden hier hochgezogen. Also er mag seine Reiter in Kombination mit seinen Schiffen. Da Dino. Ja, hier ist einfach die Konami am Laufen die ganze Zeit. Und jetzt wird halt hier alles Schifftechnische abgeräumt. Also da hat Kaup die Nase vorn. Kann jetzt auch mit seinem Fischerboden tatsächlich wieder auf die Reise gehen. Und steht jetzt einfach... Wird deutlich besser da als den Gegner. Hier wird jetzt einfach versucht, das Gold natürlich anzugehen. Ich war gerade Kaup gemerkt, dass der Gegner hier angekommen ist. Hat er das mitbekommen, dass das Erklangssignal kam? Und die Schiffe könnten eine Reparatur vertragen. Seine Hauptinsel sieht ein bisschen angeschrammt aus. Und sein Gold hier wird natürlich nicht ewig halten. Da wären noch Häuser im Bau. Aber die braucht er gerade nicht schon. Das gibt es hier nochmal einen Außenposten. Und ja, das nächste... Okay, hier ist der Versuch, einen Außenposten hochzuziehen. Aber es ist nicht ganz eine Reichweite vom Turm. Vom weißen Turm. Um das zu beschützen. Das heißt, die Dorfbewohner leiden da gerade ein bisschen. Stattdessen gibt es jetzt hier hinten nochmal ein Haus. Man könnte hier einen Außenposten hinstellen. Wo es eben ein Radius ist. Da kann man nämlich sich die Reiter auch vorknüpfen. Ah nein, ich glaube, er will das trotzdem noch durchziehen. Aber das sind direkt die nächsten Reiter gespawnt. Da ist halt sehr viel los. Die Reiter laufen jetzt wieder ran. Und der Turm denkt sich, jawohl. Ein paar Kills farmen. Läuft bei mir. Da sammelt sich die nächste Flotte für den Jungen. Da hat er natürlich schon deutlich Zeug verloren. Kopp ist in dem Punkt, da sehe ich immer noch hinten. Will auch immer noch diesen Außenposten hier hochziehen. Währenddessen gibt es hier noch eine Belagerungswerkstatt. Ah, es ist eins der seltsamsten Aufeinandertreffen hier. Und die Flotte von Kopp wurde inzwischen teilweise repariert. Kann die auch mal losschicken. Und Außenposten mit drin. Eigentlich hier gibt es das nächste Battle. Der Außenposten ist da. Hat noch keiner abgedacht, aber man könnte die Einheiten da rein stoppen. Gibt natürlich die Vision auch. Okay, Armbrustschützen. Ja, okay, jetzt ist das drin. Und jetzt haben die Dorfbewohner da. Kriegen da zumindest mehr Ärger. Wie man sieht. In verschiedenen Angriffe. Einmal wenn die Einheiten angreifen. Einmal wenn der Turm selber angreift. Und das dann rückt hier die Flotte vor. Also Kopp letztlich hat jetzt im Sinn, das Ding zu drehen. Trifft aber gleich wieder auf sehr viele feindliche Schiffe. Galeasse hat nicht viel zu melden. Wird sofort zerstört. Und Kopp direkt mit dem Rückzug. Und hier hinten nochmal mit einem neuen Dorfzentrum tatsächlich. Da hat er fast eher einen Bergführer reingestellt. Hier hinten, was gibt es da noch? Und einen G-Stand. Die Belagungswerkstatt baut eine Kanone. Dann sieht es für den Außenposten und auch für den Weißen Turm schlecht aus. Also Ladino macht auf jeden Fall trotzdem hier die richtigen Moves. Er hat sich auf den Szenen schon festgesetzt. Dann muss man das einfach befestigen. Mit den richtigen Werkzeugen. Ja, Kopp blockiert jetzt etwa das Mining, aber nicht die Gebäude an sich. Und die Gebäude macht damit der Truppe keinen Schaden. Da bräuchte er selber irgendwie Belagungswaffen. Hat jetzt auch einen tatsächlich eine. Der Weiße Turm hat... Ja, der baut nämlich Einheiten. In verschiedenen, verschiedensten Weisen. Und jetzt leidet tatsächlich die Belagungswerkstatt hier. Die Kanone wird nochmal rauskommen. Dann lassen hier rücken auch die Schiffe wieder vor. Und der Digno hängt hauptsächlich noch immer auf... Ich konnte nicht jetzt auf seiner einen Insel rum. Da noch 4000 Gold. An dessen Kauper da glaube ich fast gar nichts mehr. 2500. Aber viel ist das auch nicht mehr unbedingt. So, die Kanone ist draußen. Und da geht das Ding direkt drauf. Der Außenposten. Der Dorfzentrum ist jetzt da. Aber das ist... Naja, normales Dorfzentrum wehrt sich nicht. Betrifft nur das erste Dorfzentrum. Dafür aber Einheiten drin in der... In der Burg. Und jetzt auch im Dorfzentrum. Das heißt, diese... Veteranenreiter werden noch ein bisschen mehr Ärger kriegen. Einheit von dem Dorfzentrum ist tatsächlich gar nicht... Mal so krass. Der Weißentrum versucht sich gerade zu wehren mit allen Mitteln. Waren wir ja nicht mehr reingeschickt. Da wird die Reparatur reingeschickt. Das Dorfzentrum macht gar nicht mal so viel. Necronone, wenn das ein Knopf... Das ist das Kontodorfzentrum. Schön. Der Fight um diese Insel. Währenddessen gibt es hier auch ein Fight. Wie man sieht. Die Hulks nimmt sich einfach jede Gebäude vor. Und die Range reicht, dass man sogar die Rathhalle anschließen kann. Jetzt kriegt also kaum wieder deutlich mehr Schwächigkeiten. Sein Dorfzentrum versucht man mal hoch zu reparieren. Aber solange es vor der Kanone beballert wird, ist das ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Es bleibt ja mit dem Fallen sehr viel Erleiteten raus. Aber die Kanone ist halt ein Problem. Und das Dorfzentrum ist down. Auch wenn das sehr viele Reiter dafür sterben. Hat weitergehalten. Das Dorfzentrum wird auf jeden Fall hochgezogen. Hier soll es den nächsten Fight auf See geben. Das ist eine ähnliche Anzahl. Bin mir nicht sicher, wer da die besseren Upgrades hat. Das sind die gleiche. Sind die auf der gleichen Stufe? Ja, das Range abgeht auf jeden Fall, glaube ich, mit drauf. Der Kaup müsste näher ranfahren. Aber die beiden battlen sich hier um ihre Schiffe. Und beide Seiten werden teilweise versenkt. Aber insgesamt sieht es aus, dass er kaum den Fight gewinnen kann tatsächlich auf See. Da sind nämlich nur noch zwei übrig. Und die schaffen das auch nicht mehr gegen die Masse. Dafür aber ist das Vorstoßen auf der Insel erfolgreich. Die Kanone knallt nämlich jetzt den weißen Turm aus dem Leben. Die Ratshalle steht noch. Da geht das letzte Schiff hier um. Da sind noch weitere Schiffe aber unterwegs. Also Dardino macht jetzt weiter Druck. Und die Flotte von Kaup ist jetzt angeschlagen. Ja, das sind hier. Kriegt Kaup das Gebäude niemals weg. Ihr müsst gerade gucken, dass sein eigener Turm hier überlebt. Was auch nicht garantiert ist. Wird eine weitere Kanone gebaut? Ne, aktuell nicht. Wir bekommen auch keine weiteren Einheiten. Da gibt es hier noch weitere Seeschlacht. Da stehen noch ein paar Schiffe rum. Warte mal gucken, was einfach alles noch so passiert. Wird da einfach gerade zwei gegen drei, aber angeschlagen. Wir sehen, das gewinnt, glaube ich, sogar Kaup nochmal. Ja, das eine Schiff jetzt gegen die. Schafft vielleicht nochmal einen Kill. Nein, schafft nicht mal den Kill. Also, die Seehoheit war mal krasser für Dardino. Musste einiges an Federn lassen. Dafür hat Kaup hier gleich kein Gold mehr. Dann kommt dann auch ein weiteres Gold. Da müsste ich hinten arbeiten. Wobei, das könnte sich noch erschleichen tatsächlich. Hat sich da stößt und halblich nach hinten gearbeitet. Wird aber trotzdem hier nach und nach seine Burg. Die wird immer noch gegen repariert. Ich versuche mir hier bestes, irgendwie alles rauszusnipen. Hat aber jetzt fast keine von uns. Wenn man sieht, wie ein niedrigter Balki ist. Im nächsten Schluss sollte das erledigt sein. Damit ist das Wahrzeichen down. Damit fällt eine wichtige Verteidigungsstellung. Ich glaube, er versucht, das direkt wieder hochzubauen, tatsächlich. Aber die Kanone ist halt immer noch da. Dann kommt jetzt noch ein weiterer Reiter mit dazu. Und Dardino möchte einfach diese Insel haben. Wenn die die Insel hier hat, dann hat Kaup natürlich Economy-Technisch kaum noch was. Weil er sammelt hier inzwischen richtig viel an Holz und an Nahrung. Und Holz kann auf seiner eigenen Insel fast nichts mehr sammeln. Da sind kaum noch Bäume übrig. Und das Gold ist jetzt eben auch weg. Also da kommt nicht mehr viel für ihn Economy-Technisch. Dardino hingegen hat da auch nicht so viel. Seine eigene Insel wird auch leer gefarmt auf die letzten Reste. Sein letztes Gold ist in 400 auch erledigt. Hat ja noch ein bisschen mehr Bäume. Aber er hat gerade die bessere Position auf der Insel. Wobei jetzt die Schiffe nochmal mitmischen gegen die Reiter. Der weiße Turm wurde nochmal aufgebaut. Ist die Kanone gesnipet worden? Oh, die Kanone ist gesnipet worden. Irgendwo zwischendrin hat er wohl die Kanone in den Tod geschickt. Das ist jetzt natürlich wieder nicht ganz so geil für Dardino. Die Schiffe besuchen sich gerade im Dorfzentrum. Der Turm wird hochgezogen. Der Turm ist gleich wieder da. Der Turm ist da. Und jetzt ballert er wieder raus. Aber die Dorfbewohner... Okay, jetzt wird eingeladen. Das heißt, jetzt haben die Reiter wieder Schwierigkeiten. Tatsächlich. Auch irgendwie er managt das. Kriegt aber gleich mal Besuch von den Schiffen. Von der Rückseite. Und da ist das große Ding mit dabei. Damit wird von der Flore nicht übrig. Das hat ein gutes Stück mehr in Range als die Hulks. Kann eine ganze Reihe weiter hinten stehen. Und das kann natürlich auch die Gebäude hier vorne aufs Korn nehmen. Der eine Hafen ist bereits down. Der Hafen hier versucht nochmal zu bauen. Aus dem Posten hinten wird nicht viel helfen. Und da fährt man einfach auf die Überreste und ballert jetzt auf, was steht hinten, auf die Rotte. Die lebt nicht lang genug. Und hier die Ritter gehen jetzt auch ein lauter Außenposten. Die geben natürlich den Bonus, wie man sieht. Diesen Attack-Speed-Bonus. Und da kommt jetzt... Oh, da kommt der Palast tatsächlich auch noch als defensives Wahrzeichen. Das ist ein weiterer Bergfried, der da quasi errichtet wird von Kaup. Aber der muss erst mal hochziehen. Das sind Dritte überall. Und die Türme machen nicht viel. Die beiden Türme schießen jetzt inzwischen, weil sie befüllt sind. Kriegt er das Ding durch? Es sind sehr viele Dorfbewohner da dran. Aber nein, es ist ihm gerade so. Es kann schon, dass er lädt die drüber nochmal ein und versucht, die damit zu retten. Und sieht auch, die Engländer, Dorfbewohner, die Feiten nicht nahe kommen, sondern die Feiten mit Brögen. Das wurden nochmal einige hier tatsächlich eingelagert. Das hängen jetzt 20 Dorfbewohner hier ab. Und da hinten auch nochmal vier. Das heißt, die Ritter gerade tun sich schwer und werden von einer Seite von Pfeilen geschossen. Aber die Pfeile machen nicht so viel Schaden. Währenddessen der weiße Turm kriegt wieder mal Ärger. Die Basis wird auch noch weiter belagert. Da sind die Schiffe hin von... Ah, die Schiffe haben es jetzt hier aufgestellt. Ich dachte mir, da müssen die Schiffe hin. Aber hier ist nochmal eine Goldmine, die ich kaum eigentlich haben will. Aber die würde nicht großartig kriegen. Da wird stattdessen weggeballert. Das Ding knallt. Ja gut. Die Dorfbewohner leiden. Die Bogenschützen... Gut, oben, das sieht besser aus mit den Schiffen. Weil die Bogenschützen machen an dem Fall wirklich nicht viel. So, wie sieht es hier aus? Ein weiteres Mal fällt der Turm. Dafür das Ding... Ah, es braucht noch. Achso, es wird schon runtergeschossen. Es ist wieder eine Kanone mit dabei. Man hört es gerade. Ah, es kommt eine zweite Kanone. Ja, der Bogschire-Palast wird wahrscheinlich nichts. Jengegen der Fight. Der sieht auch nicht so gut aus. Haupt hat tatsächlich jetzt den Preazer der Reiterzeit. Er konnte das Ding fertigstellen. Und es sofort befüllen. Aber es wird halt auch gerade sofort... Sofort befeuert von mehreren Kanonen. Und da fallen jetzt natürlich auch mehr und mehr Dorfbewohner. Das Ding wird er nicht halten können. Die Flotte wird dann... Ah, die Flotte setzt sich gerade nochmal durch. So wie es aussieht. Weil das Ding macht jetzt nicht so viel Schaden gegen Schiffe. Aber trotzdem, die Economy von Cobb ist ziemlich ruidiert. Ja, da hat er auch das Spiel verlassen. Das ging nicht weiter. Dardigno hatte die ganze Zeit eine recht dominante Position, bis er dann diese Expansion sehr verschlafen hat. Aber hat sie dann gefunden. Und hat sie dann wichtigerweise mit den Kanonen belagert, um die Gebäude von Cobb kaputt zu kriegen. Stück für Stück. Die Wahrzeichen dazu zu stören. Aber einfach... Ja, Cobb ging eben hier jetzt nach und nach die Economy aus. Er konnte sich auf den Sinn nicht halten. Wusste dann, dass es funktioniert so nicht mehr. Aber ja, interessantes Match. Und die Franzosen, wie gesagt, auf Wasser sind ziemlich krass. Also da hat der Kopf von Anfang an nicht die schönste Ausgangslage. Das aus mir. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.